Ganz liebe Grüße aus dem ungefähr 99 Grad heißen Berlin. Mein Name ist David Hain. Man kennt mich vielleicht aus Werken wie das Ich-Liebe-M-Games-Video, denn es ist meine Hauptbeschäftigung, die M-Games toll finden. Und deswegen möchte ich es mir nicht nehmen lassen, zur 300. Ausgabe der M-Games zu gratulieren. Ich komme auch tatsächlich gerade vom Bahnhof und habe mir die hier mitgebracht. Das mache ich heutzutage tatsächlich immer noch super gerne hingehen und mir das Ding einfach so holen. 1995, irgendwann habe ich das Ding zum ersten Mal, die Maniac, am Bahnhof irgendwie gefunden und seitdem bin ich süchtig. Ich kaufe mir tatsächlich jede Ausgabe, wenn ich sie bekommen kann. Es ist auch ganz witzig, wenn ich mal so durchblättere, in den Retro-Teilen blickt ihr ja ganz gerne zurück 10, 20 Jahre und da entdecke ich ganz viele Ausgaben, die ich damals noch gekauft habe. In all den Jahren hat sich die Qualität nie verändert. Es ist immer noch das beste Spielemagazin, was man bekommen kann. Und dafür möchte ich Danke sagen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Da draußen gibt es viel zu viel Kram und es ist schön, dass ich da immer noch drin plättern kann. 300 Ausgaben, ich freue mich auf noch 300 weitere, vielleicht sogar 3000 weitere. Aber ich glaube, dann sind wir alle nicht mehr am Leben. Aber vielleicht die nächste Generation. Gratulation, feiert schön und man hört sich. Bis hin. Tschüss.